moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein klassen setup zeigen von dem sturm gewehr stg 44 und zwar spiele ich persönlich nur noch diese klasse leute weil dies extrem stark wie ihr seht droppt die sehr sehr schnell und ich zeige euch jetzt die klasse doch vorher zeige ich euch das gameplay falls ihr das gameplay überspringen wollt dann klickt einfach auf den zeitstempel in der beschreibung und springt direkt zum klassen setup fangen wir direkt an mit den extras und zwar habe ich als allererstes das verstärkt extra weil es fliegen unfassbar viele granaten bei diesem cod und damit ihr weniger schaden bekommt nimmt am besten das verstärken mit als zweites extra habe ich durchdringende sicht weil das markiert noch mal die gegner zusätzlich wenn ihr sie trifft und ihr könnt ihr dann auch easy wall bangen als letztes habe ich leicht gewicht damit ihr einfach schnell unterwegs seid und die aufsätze könnt ihr euch hier abschauen heute am besten pausiert das video damit ihr ganz in roh eure waffe zusammenstellen könnt und ansonsten war es das auch noch mit diesem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da leute schreibt mir die kommentare und falls ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt dann könnt ihr gerne ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren und auf den neuesten stand zu bleiben dann schau und bis zum nächsten mal